und hiermit ein herzliches willkommen beim tuxa ach ich habe doch licht ich habe doch licht ja gerne danke also irgendwas flackert jetzt hier zu sein soll was mir was haben wir denn hier interessant das sieht sehr interessant aus und da liegt was ja ich würde sagen einsammeln ja die spannung steigt kleiner warnschuss ja ich wollte noch abbremsen gut zu wissen da kommen krokodile welche beim nächsten mal gerade besser machen das müsste laden heißen das war das schöne dass die sprache eigentlich hier egal ist weil die menüeinstellungen mal gleich ist das flackert ich habe ein kleines hervor kleiner irrgarten so machen wir das ganze nochmal so hier bin ich gerade hinuntergestürzt jetzt werde ich diesen mal anderen weg nehmen ich denke mal ich nehme diesen weg der ist doch richtig einladen ich denke mal hier muss ich was einsetzen so hier bin ich ja was so hier bin ich ja was ja cool doch auch das ist weniger cool boah ach du meine güterne ja das wird ja mal spaß hier oben ist ein dreier hier die hopp kaputt okay die gehen kaputt aber es dauert hei ja ok denke ich mal dafür braucht man schon eine andere waffe zumindest wäre es sinnvoll Geh erstmal hier oben. Hoch Lara. Na komm. Okay. Wo ist das da? Geh erstmal hoch Lara. Ja komm. Oh, ich bin extra rüber gerannt. Da hinten ist noch einer. Okay. Oh. Nein. Ups. 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 Eieieiei, ich glaube da wird böse. So, noch einen. Ja, siehste, geht doch. Ein bisschen Geduld und dann kann man diese Skorpione auch erledigen. Ich save nochmal ab, natürlich. Ja, und jetzt check ich erstmal alles hier in Ruhe ab, was überhaupt jetzt hier so los ist. Oh, hier liegt was. Meins würde ich sagen, ne? Aber die beste Munition nützt mir auch nicht viel, wenn ich keine geeignete Waffe habe. Äh, wo muss ich denn jetzt hin? Hier hin? Damn it! Damn it! Damn it! Damn it zerstört? Ja, super. Meine Taschenlappe zerstört. Keine Ahnung, was da ist. Auf jeden Fall ist da etwas. Irgendetwas, was Lara angreift. Okay. Ach, reinste Labyrinth hier. Okay. Aha. Na, irgendwo musste da etwas sein, ne? Wie soll ich sagen? Ach, die Klappe zu? Die Klappe ist zu. Jawoll. Ah, hier ist auch noch ein Gang. Ah, ne, doch nicht. Eine Verbindung, ne? Ist da ein Schalter? Häääh! Ach, du Scheiße! Hunde, wie kommen denn hier Hunde hin? Keine Frage. Sehr gut gemacht, das Level. Also es gefällt mir immer besser. Schade, dass meine Taschenlappe jetzt nicht geht. Damn it, damn it, ja. Ich brauche eine Waffe. Aber ich bin zu früh hier reingegangen. Ah, hier kann man was drehen. Lara braucht wieder Energie. Die braucht Energie. Sieben Stück habe ich noch. Ja, okay. Was ist auch ich schon. Ich bin mal der Klappe. Ich bin klar. Wir wo Cassandra von Atem. Ich bin gleich in der Shuttle. Scheiße, ich bin barmater. Du Klatsch.